Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Pextrader. Heute ein UI. Ich glaube, das kann man hören. Ich nehme mal meine Stimme hier mit meinem Headset auf. Ich habe ein neues PC-Headset, ein Gaming-Headset und ja, meine Kamera, meine Logitech-Kamera, hier ein UI, nach langer Zeit mal wieder ein UI. Ja, öffne ich auch mal das UI ein. Hier die schöne, leckere Vollmilchschokolade. Das Papier kann zerknüllt werden und weggeschmissen werden. Mal gucken, was das ist. Da haben wir auf jeden Fall keine Spezialfigur. Da haben wir Natoons. Natoons, den Panthera. Er ist 100 km pro Stunde schnell. Er wiegt 50 bis 60 kg und ist so groß, wie ihr hier unten sehen könnt. Das ist ein Mensch hier und hier der Panthera. Oder der... Ja. Einfach mal zusammengesteckt. Und so sieht das Ganze denn im zusammengesteckten Modus aus. Ja. Das war's eigentlich. Vielleicht sammelt ja einer diese Natoons. Und der Panthera steht auf jeden Fall zum Tausch. Ich ziehe das wieder auseinander und packe es ins Gelbe vom Ei hinein. Genauso wie mit dem Beipackzettel. Und ja. Wenn ihr mehr UI-Openings sehen wollt, dann gebt doch einfach einen Daumen nach oben. Und ja. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und dann, wenn wir uns im nächsten Video wieder... Dann würde ich sagen... Ciao. Euer Pax Raider. Haut da rein.